Wer sagt denn, dass wir zwei Feinde sein müssen? Vielleicht will ich ja nur mit dir reden. Diese Stimme? Bist du etwa eine Frau? Verstehe, was für ein Jammer. Nun, ich darf nicht wählerisch sein. Bist du auch allein unterwegs? Gute Idee, sie lässt ihn glauben, dass sie allein ist. Du willst mit mir über die Münzen reden, nicht wahr? Dummerweise weiß ich selbst kaum etwas über sie. Na, dann haben wir ja etwas gemeinsam. Lass uns doch zusammen... Ich bin nicht hergekommen, um nach den Münzen zu suchen. Diese Kraft habe ich mir von dem Alien nur geholt, weil ich stärker werden wollte. Doch als ich sie ausprobierte, stellte ich fest, dass normale Menschen zu schwach für sie sind. Ich bekam nicht mal die Chance, alles zu geben. Darum wollte ich wissen, wie stark ich geworden bin. Also ging ich zum Alien zurück. Er meinte, hier draußen würde ich auf andere Sammler wie mich treffen. Normalerweise kämpfe ich nicht gegen Frauen. Doch mir scheint nichts anderes übrig zu bleiben. Entschuldige, aber ein Duell ist unvermeidbar. So ein Mist. Ich habe ihn wohl falsch eingeschätzt. Ah! Ah! Und da sind ein Duell ist, da sind die Lieblingsbein. Also würde ich jetzt auf andere Sammler wie die Nacht ärger. Das war mir hier. Und da bist du, da sind die Lieblingsbein. Deine Tarn Terra. Vielen Dank.